Warum ist Max Kruse hier so verzweifelt? Weil er mit seiner Ehefrau Dilara auf ihrem YouTube-Kanal ein WM-Quiz spielt und die Antworten teilweise wild sind. Aber erst mal startet sie gut. Wie viele WM-Titel hat Deutschland eigentlich? Viermal. Korrekt. Das letzte Mal 2014. Das hast du ein Buch gelesen, sei ehrlich. Nein, da hast du mitgespielt. Nein, ich war nicht bei der WM. Oh, tut mir leid. Naja, lassen wir mal so stehen. Wie viele Teams sind denn bei einer WM dabei? Tick, tick, tick. 36. 24. Scheiße. Oder? Wie geht es? 32. Ich habe auch keine Ahnung, seht ihr? Okay, aber die nächste Frage ist wirklich leicht. Wie weit ist der Elfmeterpunkt vom Tor entfernt? Was soll ich das denn wissen? Warte, lass mal schätzen. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht. Ich habe versucht, mich zu lachen. Elfmeter. Aber ich weiß nicht, wie das falsch ist. Der Elfmeterpunkt ist elfmeter weg. Hast du recht? Ja, ich muss überlegen, weil die Frage so dumm ist. Ich weiß ja, ich denn auch ein bisschen.